Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und ich zeige euch jetzt einfach mal Schleichwege in der Fränkischen Schweiz zur wunderbaren Abkürzung, zur Erbauung und die kleinsten, wunderbarsten Straßen. Ich fahre sowas sehr gern, ist ja nur zur Abwechslung, wir fahren ja nicht den ganzen Tag so. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber ihr könnt mir ja schreiben, wenn euch die kleinen Straßen ebenso gut gefallen wie mir. Viel Spaß beim Schauen, bis bald, euer Günther. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, wie es euch gefällt, wie es euch gefällt, Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Ich seid nicht, wie es euch gefällt, wie es euch gefällt, wie es euch gefällt, f討 diagrams wird. Ich weiß nicht, wie es euch befbt, aber wir können auch euch gefällt, weil ihr euch gefällt. пот ihr mir nicht weiterkommen zu sweets und ein隊inander ein afect und das Gefühl war keine sommes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.